so guten morgen wo sind wir hier in pune 150 kilometer entfernt von mumbai und wir haben mitte juni monsoonzeit eigentlich obwohl jetzt gerade die sonne scheint aber es fängt gegen später hundertprozentig an zu regnen und was ist hier so ein verregneter sonntag was macht man am besten eine wanderung und wo geht es hin der michael der fährt jetzt nach torna gart torna fort die so eine befestigungsanlage auf einem der hügel um pune rum das gehört praktisch glaube ich schon zu den western guards dazu die sich der richtung südindien runterziehen ja da fahren wir jetzt hin 50 60 kilometer sind wir wahrscheinlich jetzt so anderthalb stunden unterwegs weil die sträßchen nach dem highway klein werden oder schmal werden da kann man nicht so schnell fahren und dann schauen wir mal wie es ausschaut also sollte eigentlich ganz attraktiv sein wenn man glück haben sie haben ein paar wasserfälle viel grün hoffentlich und nachdem der lockdown jetzt hier naja so gut wie rum ist ist es nach zwei monaten quasi mein erster ausgang hier in die natur was machen wir jetzt gerade wir fahren im moment gerade durch die grüne durch schauen wir mal kurz raus alles noch ziemlich leer weil es erst 7 uhr 30 geht es so gut kleiner verkehrsstau so jetzt sind wir demnächst hier wir sind schon ganz nah dran und da müsste man eigentlich das ist das tornafort und das rajgat fort sehen ich schaue mal kurz raus links ist das tornafort und rechts oben das rajgat fort da geht es hier durch im dorf durch, im tempel vorbei, im dm laden ok so hier haben sie gerade abgesperrt mit der polizei aber wir haben dann mit denen gesprochen und die gefragt ob wir trotzdem weiter fahren können bis zum parkplatz eigentlich sind wir zum wandern gekommen und nicht zum autofahren aber trotzdem sind wir am parkplatz angekommen und jetzt geht es los ja ich bin auch nicht mehr überzeugt ob wir da oben ankommen weil durch die polizeisperre unten es scheint so als ob wir die einzigen sind die sie durchlassen haben das heißt da ist niemand unterwegs das hat sicherlich auch einen grund ich schätze mal da wird das ganz schön schlammig und rutschig sein aber schauen wir uns jetzt trotzdem mal an ich glaube das kann ganz attraktiv sein hier der parkplatz und dann geht hier der wanderweg los wahrscheinlich direkt nach 100 metern wenn hier diese keterre strecke aus ist und in der wolke da sieht man dann dieses tornau also das fort selber sieht man nicht aber ich glaube diese ridge oder dieser grad auf dem es da hoch geht der ist da wohl naja das ist auf dem ding her nicht sichtbar ok dann machen wir mal los so also hier geht schon mächtig den berg hoch ist das anstrengend habe ich völlig vergessen naja dann mal weiter der da so schnauft das bin ich aber landschaftlich sehr attraktiv so jetzt sind wir auf dem rücker ankommen was sehen wir da hin jawohl hier gibt es ja keine ahnung wie das heißt aus der richtung kommen und in die richtung wollen wir gehen so die sonne kam ganz kurz raus vielleicht ist sie noch da und hier geht es weiter und ganz mit dem weitwinkel objektiv kann man es jetzt nicht erkennen aber da sind tatsächlich noch mal zwei trecker unterwegs ja seither bin ich niemand begegnet aber hier vorne auf diesem kleinen hügel der hier ein bisschen in der sonne ist das sind mal zwei leute also da bin ich eigentlich ein bisschen erleichtert dass ich nicht total allein unterwegs bin also die Fahrer zweimal ausgerutscht also wenn man sich irgendwas bricht ich glaube das ist ziemlich mies weil das Telefon geht hier auch nicht aber super da hat es Wasserfälle da oben kommen wir jetzt wahrscheinlich gleich näher ran sieht klasse aus hier also es lohnt sich auf jeden Fall tja wie der sich wohl hier herführt hat sichtbar auf der Kamera also an manchen stelle ist es steil und an manchen stelle ist es einfach nur wie ein Spaziergang aber hier ist es steil schon mal da runter richtig steil aber jetzt sind wir hier da wo die Wasserfälle sind jetzt hier da wo die Wasserfälle vorbei dem Gebirge im Alkohol erquatsch in der Alpe so das sind die zwei Bergkameraden die steil geht schon mal vor so der Le also hier ist so mächtig steil und vor allem hi guys hi ich weiß nicht ob man es hier auf den Bildern so sieht aber es ist wirklich mächtig steil hier und vor allem halt alles nass mal schauen wie weit das hier noch Sinn macht schon klasse hier ich glaube das ist ein gutes Ausdauertraining für mich zumindest ich glaube das ist schon die einzige Pflanze die es gibt hier wow jawohl super ansonsten Volkern das klare Alpenwasser so super super schmeckt besser das Bissler wie thank you so ich glaube wir sind auf der Zielgerade hier da oben scheint irgendwie ein Tod zu sein hier Mann ist das steil sieht das sieht das wow so ich glaube das ist das ist 13,000 sorry ich habe nicht mich nicht ich bin Michael ja was ist ihr name ich bin Akshil Akshil ja hi Akshil ich bin Shivam ja nice meeting euch ja so without diese Leute ich bin ich bin Akshil wenn ich die Jungs jetzt nicht getroffen hätte dann wäre ich viel weiter unten schon umgedreht weil ich irgendwie Zweifel hatte ob das hier noch Sinn macht aber dank den Jungs hier dann gehe ich jetzt da hoch du sagst es 1300 Meter? 1300 Meter es ist von Main Sea Level 1300 Meter ok also 1300 Meter bis nach oben ja und hier ist das Village wo du denkst wo die Polis Station ist? äh ich weiß nicht nein die Altitude 700 Meter 700 Meter ok ok gut also 700 Meter sind wir da bei den Polis Station durch bei der Polizei Station und hier im Dunkeln äh Quatsch im Nebel sieht man schon die Mauer vom Fort ja ich kann es nicht tun 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 ok oh schau mich nicht so an so deswegen ich beim Sb兄 kommen aber da ist tatsächlich die türe zu, glaubst du es? also ich pass da nicht durch gentleman surprise, they have locked the door also hier der mann hier hat gerade erklärt ihr seht hier an dem tor hat es diese diese stahlstacheln die da rauskommen und die sind anscheinend dazu, wenn die versuchen mit elefanten hier diese tür einzubrechen dass der elefant quasi sich hier die birne einramt an diesen stahlstacheln oder metallstacheln hier interessant war mir auch nicht klar, aber das macht natürlich sinn dann will ich den weg einfach zurück nachdem wir jetzt nirgendwo rein können drüber klettern macht auch nicht viel sinn hier also wenn es trocken wäre könnten wir es machen aber so ist es glaube ich eine dumme idee ja dann gehen wir einfach mal runter und schauen dass es uns nicht aufs hinterteil setzt jetzt habe ich schon eine richtige nähmaschine in meine oberschenkel aber es ist einfach klasse hier, wunderbar ich glaube jetzt wiederholen sich die bilder von zuschauern so eine super tour ist es noch, meine ich noch ein ordentliches stückchen von uns aber ich freue mich eigentlich schon darüber nachzudenken wo es als nächstes hingeht und hier hat es noch genügend opportunities, so werden wir vielleicht am nächsten wohnende gleich nochmal die runde drehen das sind ja gerade vielleicht aber das sehen wir dann, jetzt schauen wir erstmal hier so es klart auf zum wolkenbruch ich glaube der einzige spott hier mit sonne und erstaunlicherweise kaum rutschig nachdem ich das jetzt gesagt habe, hat man es bestimmt gleich rein aus hinterteil jawohl wird hingesetzt und einen kleinen putzenbaum gemacht wo wirklich auf die letzten fünf meter aber das gehört einfach dazu aber das gehört einfach dazu so jetzt schauen wir mal ob dann das restaurant zum goldenen husch irgendwo in der nähe ist dann machen wir da noch einen Eikerschwung so jetzt machen wir hier noch einen Eikerschwung und ich frage mal die Jungs was mein bester hier ist ist es okay, wenn ich im Video interviewiere? nicht interview, sondern was suggestest du, was wir hier essen müssen? nein, was sagst du? was suggestest du, was wir hier essen müssen? äh, was shall we eat? äh, muttertale so we are eating like lamb or lamb or chicken lamb or chicken anything like ok, you select different things and we try it ok, super also is my invite of course ok, also jetzt die Jungs sind gesagt, die sollen wir ein paar Sachen abstellen und die probieren wir einfach mal gemeinsam schauen wir mal wie schmeckt so jetzt gibt es nicht nur Rotis, sondern auch Bakri dann ein klassisches indisches Coca-Cola das Thumbs Up und dann nachher wollen wir einfach mal kurz filmen was sowiert wird und das Timing war auch richtig, weil jetzt fängt es irgendwie zum Regnen an und zwar richtig das Essen steht auf dem Tisch bei mir gibt es einen Eiercurry und bei euch gibt es einen Chicken Curry oder Mutton so ein Hähnchen Curry und bei mir ein Eiercurry aber das sieht so lecker aus, ich habe mir jetzt auch einen Hähnchen Curry bestellt also, guten Appetit die Herrschaften guten Appetit also das war das war also die komplette Tour mit dem Eiercurrschschwung zum goldenen Hirsch da haben wir dann euer Gesser und Hähnchen und jetzt geht es ab nach Hause und freue mich dann schon auf den nächsten Trip dann schauen wir mal wo es hingeht aber wieder auf irgend so ein Ford okay ciao have a good time Amen auf 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 auf